Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium aus dem Lukas-Evangelium. Wir haben angefangen, das Leben Jesu zu betrachten. Wir haben ein wenig in der ersten Stunde versucht, hineinzuschauen in die Notwendigkeit eines Erlösers. Zu sehen, dass die Sünde etwas gemacht hat im Menschen, das ihn nicht mehr fähig macht, zu Gott zurückzukehren und auch eine Mauer aufbaut zwischen Gott und dem Menschen. Und so muss Gott durch einen Erlöser uns wieder mit ihm versöhnen. Und das ist der einzige Weg, dass wir mit Gott wieder in Verbindung kommen und auch Gott wieder mit uns. Heute haben wir das Thema der Taufe und der Versuchung Jesu. Und wie ich schon am Anfang in der letzten Stunde sagte, es hat keinen Zweck, die Geschichten immer wieder zu wiederholen und sich in einigen Teilen darin zu finden, wenn wir nicht wissen, worum es letztendlich in der Geschichte geht. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle wieder die praktische Frage stellen, warum musste Jesus getauft werden und warum musste er versucht werden gleich nach der Taufe? Und welches ist der Zweck dieses ganzen Vorgehens? Weil wenn wir das nicht verstehen, was das mit uns heute zu tun hat und welche praktische Anwendung wir daraus ziehen sollen, dann können wir die Geschichte zigtausendmal wiederholen und gehen am Ziel vorbei. Deshalb möchte ich, dass wir uns heute mit dieser praktischen Anwendung des Verständnisses, warum Taufe, warum Versuchung, welches war die Notwendigkeit dazu im Leben Jesu? Und sicherlich, welches ist die Notwendigkeit für mich, was, wozu brauche ich die Taufe Jesu? Wozu brauche ich die Versuchung Jesu? Ist es nur, dass ich eine Geschichte kenne oder hat das eine praktische Anwendung in meinem Leben über die Kenntnis der Geschichte hinaus? Deshalb, lasst uns ein wenig betrachten und das wiederum an der Tafel, um zu schauen, was ist der Zweck des Erlösungsplanes? Was musste erfüllt werden? Wir haben hier Adam und sicherlich auch die Eva und sie wurden geschaffen, damit sie mit Gott leben. Aber als Adam geschaffen war und die Eva, hatten sie die Bedingungen für das ewige Leben noch nicht erfüllt. Sie mussten eine Wegstrecke gehen bis zu einem Punkt X, bis zu einem Zeitpunkt, wo in ihrem Geist die endgültige Entscheidung getroffen worden war, dass sie Gottes Gesetz gehorsam sein werden. So hätten Adam und Eva diese Strecke überstanden und hätten nicht von Baum des Guten und Bösen gegessen, hätten sie sich nicht gegen das Gesetz Gottes erhoben, dann hätten sie an dem Zeitpunkt X das ewige Leben für immer sicher gehabt. Hier ist sicheres, ewiges Leben. Aber Adam und Eva fallen in die Sünde. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, was bedeutet, den Punkt X zu erreichen, was bedeutet es, die Voraussetzungen für das ewige Leben zu erlangen. Und die Voraussetzungen für das ewige Leben zu erlangen, ist das Schreiben des Gesetzes ins Herz. Wenn das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben ist, wenn der, mit anderen Worten, der Gehorsam geprüft ist, dann ist, wenn das passiert ist, dann ist der Punkt X erreicht und man hat sicheres, ewiges Leben. Danach gibt es keine Anfechtung mehr, danach gibt es keinen Kampf mehr, die Sache ist entschieden. Es ist wichtig, das zu verstehen. So, was ist es, dass das Gesetz ins Herz geschrieben sein soll? Wie sieht denn der Grundsatz des Gesetzes Gottes aus? Und der Grundsatz des Gesetzes Gottes ist ein einfacher, ich versuche das klar zu machen, wir leben von Beziehungen. Und es gibt zwei Arten nur von Beziehungen, eine Von-Beziehung und eine In- oder Mit-Jemanden. Die Von-Beziehung hat man, um zu nehmen. Und die In-Beziehung oder Mit-Beziehung hat man, um zu geben. Und das Ganze ist gesteuert und geregelt durch die zwei Tafeln des Gesetzes. Hier sind die vier Gesetze und hier sind die sechs Gesetze. Die Gesetze Gottes, die erste Tafel, sind vier Gebote, die zeigen die Aufgabe des Nehmens und den Ort des Nehmens. Und sie sagen, dass es eine exklusive Quelle gibt, wonach sich der Geist des Menschen orientieren muss. Er kann auch eine andere haben, aber das ist eine Illusion, das ist eine Unfähigkeit zu leben, führt zum Tod. Und das andere Gebot sagt, ist eine inklusive, wir müssen alle unsere Nächsten lieben, auch wenn sie uns prügeln oder schlagen, wenn sie uns betrügen, indem sie uns verlassen mit vier Kindern oder sechs oder sieben, was auch immer es passiert, wir sind verpflichtet, den Nächsten zu lieben, um ihm etwas zu geben. So, die Quelle und das Ziel. Ich habe also eine klare Quelle, woher ich nehmen muss und ich habe ein klares Ziel, wo ich geben muss. Unter dieses Gesetz war Adam und Eva gestellt. Und die Anfechtung zu essen oder nicht zu essen von dem Baum war letztendlich, nehme ich von Gott die Information oder nehme ich sie vom Bösen? Orientiere ich mich nach dem Worte Gottes? Ist er meine exklusive Quelle für die Richtung meines Geistes? Oder ist es die Schlange und ihre Worte? Und Adam und Eva, wir kennen die Geschichte, fallen in die Situation, dass sie nicht von Gott nehmen. Sie brechen also das erste Gebot. Sie hören und orientieren ihr Handeln nicht nach dem, was Gott gesagt hat, nicht nach der Quelle des Lebens, die einzig ist und alleinig ist, sondern sie orientieren sich nach den Worten der Schlange. Damit brechen sie das Gesetz des Nehmens, der Orientierung und handeln natürlich in einer falschen Art und Weise. Nicht Gott ist der, nach dem sie sich richten, damit handeln sie falsch. Und jetzt passiert etwas in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Sie gehen nicht mehr nach dem Gesetz, das vorgibt, nehmen, um zu geben, sondern sie handeln jetzt in einer der widersprüchlichsten Art und Weise. Sie geben zuerst, um zu nehmen. Das heißt, sie geben an dieselbe Stelle und nehmen von derselben Stelle etwas, was gesetzlich absolut unmöglich ist. Quelle und Ziel, Ursprung und Ziel, Tankstelle und Ziel sind unterschiedlich und können nie zusammengebracht werden. Das Gesetz Gottes schließt aus, dass ich der Quelle etwas gebe und es schließt aus, dass ich von dem Ziel etwas nehme. Es hat nur eine Richtung. Es gibt eine Stelle zum Nehmen und eine Stelle zum Geben. Und es gibt keine Verbindung zu dem Zueinander. Das heißt, ich kann nicht an dieselbe Stelle geben und nehmen. Es geht nicht. Ich kann nur an eine Stelle nehmen und an eine Stelle geben. So, das ist das Gesetz Gottes. Gott hat es so gemacht, dass er als Gott die einzige Stelle ist, wo man nehmen kann und der Mensch und die Natur und wozu der Mensch geschaffen wurde, ist, um zu dienen, geben soll. Es sollte nie ein, auf geistiger Ebene kann es keinen Geben und Nehmen geben auf geistiger Ebene. Die geistige Ebene trennt absolut die Quelle des Nehmens und den Ort des Gebens. Es gibt es auch in der Natur nicht, dass man den Ort, wo man nimmt, auch gibt. Ja, in der Natur gesetzen des Lebens. So, das ist das, was der Mensch sprach. Er nahm und orientierte sich jetzt nicht mehr nach Gott, sondern jetzt orientierte sich nach dem Bösen. Und das veränderte die Richtung. Er gibt jetzt zuerst, er denkt jetzt, er ist Gott, er ist der, der alles zu bestimmen hat. Das ist hier das blinde Auge, das schlimme, sündige Auge. Und damit ist die Stelle des Gebens, ja, auch die Stelle des Nehmens. Ich gebe jemandem meine Liebe, damit ich von ihm sie zurückbekomme. Völlig absurdes, widersprüchliches Handeln. So, jetzt ist das verändert. Und der Mensch fällt durch das Übertreten in einen Zustand, wo er fällt, also hier hinab. Und in diesem Zustand, wo er sich jetzt hier befindet, ist er natürlich nicht mehr fähig, irgendwie das ewige Leben zu haben. Er hat jetzt hier das Auge, das Böse, die sündige Natur. Und die kann ihn nur zum Verderben führen. Er hat keine Möglichkeit je, das Gesetz Gottes wiederzuhalten. In Römer Kapitel 8 wird das so deutlich beschrieben, dass das Fleisch unfähig ist, Gott zu gefallen. Weil es kann das Gesetz Gottes nicht mehr halten. Dieses blinde Auge macht uns fertig. Es gibt keine Möglichkeit, in diesem Zustand das Gesetz je zu erfüllen, weil wir sind ja jetzt umgekehrt zur Richtung. Wir geben, weil wir denken, wir haben etwas, dabei haben wir nie etwas. Wir müssen es zuerst nehmen, bevor wir geben können. Aber das ist uns in unserem Herzen nicht mehr klar. Im Verstand können wir es aufgrund der Gnade verstehen, aber in der Tätigkeit sind wir völlig unfähig, es zu tun. Und hier fängt der Erlösungsplan an. Hier fängt es an, wo Gott Mensch werden muss. Das heißt, wo Christus geboren wird, damit er für den Menschen und anstelle des Menschen als Mensch, schwer auszudrücken, die Erfüllung oder die Voraussetzung zu erfüllen für das ewige Leben des Menschen. Das heißt, ihn wieder fähig zu machen, das Gesetz Gottes zu halten, damit er in der Lage ist, ewiges Leben zu haben. Weil ewiges Leben gibt es, getrennt von Gott nicht. Und so muss Christus, so muss Gott Mensch werden in Christus. Er muss eins werden mit dem Menschen, weil weder der Mensch in diesem gefallenen Zustand zu Gott gehen kann, aber auch Gott hat keinen Zugang zu Menschen mehr. Diese Seite von Gottes Seite, dass wir das verstehen, dass Gott keinen Zugang mehr zu Menschen hat, ist uns nicht so leicht verständlich. Aber es ist nun mal so, weil Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und unseren Geist kann er nicht, kann er nicht zu etwas zwingen, zu etwas drängen. Er kann unseren Geist schützen. Er kann unserem Geist Kräfte geben, die er benutzen kann, bis, ich sage jetzt mal, so wie der Mensch Wunder tun kann. Gott kann uns sozusagen vieles dazufügen, aber er kann uns nicht verändern, wenn es nicht unsere Mitarbeit geht. Er hat keinen Zwang auf uns, kann er ausüben. So stoppt ihn die Sünde, uns zugänglich zu sein, unsere sündige Natur. Und deshalb kommt Christus, damit Gott in Christus mit den Menschen die Versöhnung wiederherstellen kann. So wie sieht das aus in einem Bild, in der Zeichnung? So, hier kommt Gott vom Himmel und er wird geboren als Mensch. Und wir wissen, dass Christus eine doppelte Natur hatte. Er war also von der Maria, wenn man so will, zur Hälfte und von seinem Vater zur Hälfte. Er war also ein Wesen, das ganz Mensch war und ganz Gott, schwer zu verstehen. Aber wir nehmen es jetzt mal so im Glauben an, weil wir es nicht begreifen können. So, das ist Jesus, das ist unser Heiland. Und Jesus beginnt seinen Weg dort, wenn man so will, wo Adam herabgefallen ist. Er muss hier diese Sache erfüllen, damit ewiges Leben möglich ist. Ja, ich zeichne es mal hier. Jesus übernimmt den Weg anstelle des Adam, um hier vorwärts zu kommen, weil Adam von hier, von diesem Weg abgefallen ist. So, hier beginnt Jesus seinen Weg anstelle des Adam. Aber er hat jetzt andere Dinge zusätzlich zu bewältigen, als nur das, was Adam hätte zu bewältigen brauchen. Adam musste ja nur treu bleiben, bis sich die Überzeugung, bis sich das Gesetz völlig gefestigt hätte in seinem Herzen. Er war ja mit dem Gesetz geschaffen worden. Er nahm von Gott. Gott war seine einzige Orientierung, genauso wie ein Kind, seine Orientierung hat an der Mutter. Es gab keinen Konflikt dabei, zu wissen, aha, ich bin ein abhängiges Wesen für meine Entscheidung, was ich tun soll und nicht. Ich muss mich an jemandem orientieren. Das ist für das Kind kein Problem. Es orientiert sich nur gerade nach der Mutter. Und dasselbe sollte auch der Adam machen. Und er sollte nur in dieser Orientierung treu sein. Und hätte er sich nie dem Baum genährt oder hätte er ihn nie gegessen, auch wenn er sich genährt hätte dem Baum oder die Eva ihm die Früchte bringt und er hätte sie nicht genommen, dann wäre er Gott treu geblieben und hätte irgendwann, wenn das gefestigt wäre und alle Anfechtung nichts bringt, dann erfüllt er die Voraussetzung für das ewige Leben. Er hätte auch nie sterben müssen, er hätte aber es sichern müssen, das ewige Leben. Deshalb sage ich hier, sicheres ewiges Leben ohne jede Anfechtung, weil mein Herz ist jetzt auf Gottes Seite. Es ist nicht mehr fähig, sich an jemand anderes zu orientieren, außer an Gott, weil das Gesetz ins Herz geschrieben ist. Aber jetzt, wo Jesus kommt, hat er nicht nur zu bewältigen, die Treue zu Gott gegenüber, so wie es Adam hatte. Er kommt mit anderen Voraussetzungen. Er muss und hat, und ich nehme zunächst die fleischliche Komponente. Was erbt Christus von der Maria? Und es gibt eine Sache, wo sich in der Natur Jesu alle einig sind. Und es ist, dass er von der Maria das erbt, was quasi seine Vorfahren alle von Adam an mitbekommen haben. Und wir finden ja die Genealogie Jesu so vom Körper her. Und ich mache den Körper oben so vom Körper her. Erbt Christus nicht einen Körper, der feste, gute Neigungen hat, sondern er vererbt einen Körper, der über 4000 Jahre verändert wurde. Und jetzt muss man wissen, was liegt im Körper? Und was liegt im Geist? Wir haben ja den Geist und ich bin jetzt in einer Situation, mit welcher Farbe soll ich den Geist malen? Wir haben also Körper und wir haben Geist. Und das sind die zwei Komponenten des Menschen. Und beides wird vererbt. Gott schafft nicht mich neu. Ich bin nur das Resultat der Vermehrung des Körpers und des Geistes von Adam. Weil Gott hat nur einen Menschen gemacht aus Lehm und aus Hauch, aus seinem Atem. Die Eva schafft er aus dem Adam, so wie wenn wir aus unseren Eltern kommen, allein, dass wir dann Mutter und Vater haben. Und die Eva hatte nur eine Erbschaft, nur die von Adam. Und wir haben dann alle Erbschaften von Adam und Eva, aber da Eva von Adam ist, so ist es immer dieselbe Erbschaft. So, Gott schafft einen Menschen und aus dem kommen alle anderen Menschen heraus. Und über die Jahre wird der Körper, weil er ist ja fest, verändert. Und im Körper liegen, im Körper in der physischen Natur liegt der Appetit und die Leidenschaft, die Sexualität, die Instinkte. So, hier, hier drin ist Appetit. Hier drin ist die Sexualität. Hier sind die Instinkte. So, und jetzt müssen wir verstehen, Jesus erbt, vollkommene Appetit, vollkommene Sexualität, vollkommene Instinkte oder veränderte über die Jahrtausende. Ist doch ganz klar. Hat keine Wahl. Die sind verändert über die Jahrtausende. Nun, die Versuchung des Menschen konnte in Eden auch nur passieren aufgrund eines Bedürfnisses. Hätte der Mensch nicht das Bedürfnis zu essen, hätte man ihn nicht versuchen können mit einer Frucht. Deshalb hat Gott, als er die Möglichkeit gab, dem Bösen den Menschen zu versuchen, ihn nur auf diese eine Sache begrenzt. Es gab ja zur Zeit Adams nichts, womit er hätte den Menschen angreifen können auf geistiger Ebene im Sinne einer Ungerechtigkeit. Stellt euch vor, wir sehen heute eine Ungerechtigkeit und wir sträuben uns dagegen und sündigen, indem wir Gewalt anwenden und die Ungerechtigkeit weg tun wollen. So, diese Anfechtung hatte Adam nicht, weil es gab in seiner Welt, wo er gemacht wurde, keine Ungerechtigkeit. Es gab auf geistiger Ebene nichts, was ihn hätte erregen können zum Bösen. Der Satan hätte ihn auch nicht versuchen können. Deshalb der einzige Weg war, ihn über seine körperlichen Nöte zu versuchen. Deshalb gab Gott diese Möglichkeit nur übers Essen. Essen ist zwar nicht direkte Appetit, aber es ist gebunden an den Appetit. Wir essen ja mit Appetit. Und Gott hatte ihnen ja, damit man sieht, dass der Appetit nicht siegen sollte, tausende andere Bäume hingegeben, die gut waren zu essen und nur einen war nicht drin. So, die körperliche Not war völlig stillbar, auch der Appetit war stillbar mit dem, was Gott ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Nur diese eine Sache, dieser eine Baum, von dem sollten sie sich enthalten. Er war der Prüfstein, damit sie das Gesetz in ihr Herz schreiben, werden sie Gott gehorsam sein, das heißt, werden sie nur von Gott nehmen oder werden sie fallen. So, deshalb kommt Satan mit einem körperlichen Bedürfnis und gebunden an das, was das körperliche Bedürfnis irgendwie stärker macht, ist der Appetit. Wenn wir zum Beispiel satt sind, ist der Appetit schwächer fürs Essen, wie wenn wir hungrig sind. Wenn wir hungrig sind und riechen etwas, was gut riecht und unseren Appetit anregt, dann ist die Anfechtung viel stärker wie dann zu essen, wie dann wenn ich schon satt bin, dann sage ich, riecht gut, aber bin schon voll, ich bin satt. Da kann man immer noch was reinstopfen, wenn man es will und das tut man manchmal, aber es ist nicht gut und nicht gesund, weil es aus der Mäßigkeit herauskommt, dann ist, dann tue ich es aus purem Appetit ohne eine Notwendigkeit, aber mein Appetit ist dann schädlich, das heißt, die Ausübung, das Nachgeben meines Appetites wird zu einem Schaden. Adam und Eva werden jetzt auf körperlicher Ebene angefochten, weil nur dort gibt es eine Möglichkeit, weil sie leben geistig in einer heilen Welt und hier kommt die Versuchung und hier beginnt auch die Versuchung Jesu. Seine erste Prüfung in der Wüste beginnt genau an der Stelle, wo Eva und Adam versagt haben. Hier wird zunächst geprüft, ist der Appetit stärker wie der Geist, das heißt, lässt sich der Geist vom Appetit überreden, zu essen oder nicht. Und hier wäre für uns ganz sinnvoll, dieses Verhältnis zu kennen zwischen Geist und Körper. Und wir alle wissen, der Körper kann nur ein Verlangen äußern. Er kann nur etwas an den Geist bringen, aber er kann sein Verlangen nicht stillen. Das ist immer Aufgabe des Geistes. Wenn ich hungrig bin, ist das ein Verlangen des Körpers. Wenn ich etwas sehe, einen Apfel oder eine Frucht, die mich sehr anzieht, dann ist das ein Verlangen meines Körpers. Der Appetit, der drängt mich dann, das zu nehmen. Aber ich, das Drängen ist noch nicht das Nehmen. Das Nehmen kommt erst, wenn ich es entscheide zu nehmen. Das heißt, alles Drängen des Körpers ohne Einwilligen des Geistes führt zu Null Aktion. Das heißt, noch so sehr kann der Appetit mich versuchen oder die Neigung zur Sexualität kommen, wenn mein Geist nicht sich unterstellt der Forderung oder der Neigung, dann passiert gar nichts. Ich falle nicht unter dieses Verlangen, sondern ich bleibe Herr des Verlangens. Das ist wichtig. Der Körper kann verlangen, aber er kann nicht erfüllen. Erfüllen und handeln, entscheiden und den Befehl geben sind nur Aufgaben des Geistes. Da ist der Körper völlig hilflos. Er kann es nicht. Er hat auch die Fähigkeit nicht, weil er ist nichts Bewusstes, nichts Intelligentes. Er ist nur eine Maschine. Er hat keine geistige Fähigkeiten, die sind nur dem Geist gegeben. Und so ist in dieser Verbindung zwischen Geist und Körper das Geheimnis, das wir verstehen müssen. So, der Appetit macht mich, dass ich etwas verlange. Mein Geist kann dem Appetit zustimmen oder kann den Appetit ablehnen. und jetzt ist Christus in der Wüste und er ist 40 Tage dort und die Schrift sagt dort nach 40 Tagen und er war hungrig. War die Eva hungrig, als sie an den Baum ging? Hatte sie eine Not des Fastens für 40 Tage? Nein, sie war nicht hungrig. sie hätte nicht an den Baum müssen. Das war null und nichtig. Die Voraussetzung war dort nicht gegeben. Aber hier bei Jesus in der Wüste steht es im Kapitel 4 in Lukas Vers 2 und er aß nichts an jenen Tagen und zuletzt als sie zu Ende waren war er hungrig. Hunger ist ein Bedürfnis des Körpers nicht des Geistes. Sicherlich der Geist ist gequält durch den Hunger weil nur er empfindet ihn und er muss ihn ja stillen damit er sich wieder wohl fühlt. Aber Hunger ist ein Bedürfnis des Körpers und jetzt wird die Versuchung die ja an den Geist geht aber über den Körper kommt jetzt ist Jesus in einer schwierigen Situation viel schwieriger wie Eva und wie Adam und jetzt muss er der Neigung seines Appetites Herr werden wo er hungrig ist und jetzt kommt der Versucher und sagt schau du bist hungrig wenn du Gottes Sohn bist dann mach doch aus diesen Steinen ein Brot oder Brote und iss damit du dich stärkst und erholst so wo ist die Anfechtung sie kommt über den Appetit sie kommt über den Körper aber sie ist im Geist weil nur dort gibt es eine Anfechtung jetzt muss Christus entscheiden in seinem Geist von wem nehme ich wer ist die Quelle meines Nehmens nach was orientiere ich mich jetzt in meinem Handeln ich bin hungrig ich sehe diese Steine und sie mögen vielleicht den Eindruck ergeben sie man kann sie wenn man hungrig ist als Leibbrote sehen und jetzt muss ich etwas entscheiden ich muss nicht nach etwas richten und richte ich mich nach mir selbst dann nehme ich mir die Kraft und mache aus den Steinen Brote damit ich mich selber fütter das ist nicht mehr das Gesetz das ist das Gegenteil vom Gesetz weil niemand als Mensch kann sich sein Bedürfnis selber schaffen das er braucht er kann es nur irgendwo nehmen aber jetzt war Jesus Mensch aber er hatte seine Göttlichkeit eingehüllt in den Menschen und jetzt wird er versucht seine Göttlichkeit zu benutzen um sein menschliches Leben zu retten und hätte er das getan wäre er aus dem Rahmen des Menschen hinaus gefallen und hätte dieselbe Sünde wie Adam und Eva am Anfang getan aber Jesus trotzdem Ellen White beschreibt in dem Kapitel die Versuchung im Leben Jesu oder der eine Jesus Christus wie nicht ohne Anfechtung nicht ohne eine Überlegung eine Neigung ist er dieser Versuchung widerstanden weil für uns Menschen wir hätten wir die Fähigkeit würden wir ja sofort uns helfen aus der Not und würden uns selbst unsere Brote machen aber das geht das geht für einen Menschen nicht deshalb war Jesus hier versucht zwar als Mensch um aus der Menschlichkeit heraus zu treten nicht mehr von Gott abhängig zu sein sondern von sich selbst und das über den Körper sein schönes Zitat das Ellen White schreibt in dem schönen Buch in den Fußspuren des großen Arztes und dort schreibt sie in diesem Kapitel der Arzt einer ziehe ist eines der tiefsten nicht das ja das ganze Buch aber in diesen ersten Kapiteln dieses Kapitel davor und dieses sind sind kostbare ich sage jetzt mal Schätze verborgen die man die jeden fleißigen Studenten befriedigen in seiner Studium Not aber wir haben ja auch eine Not zu studieren wir haben eine Not zu kennen und zu wissen und diese Kapitel füttern das Bedürfnis es steht hier eine der beklagenswertesten Folgen des ersten Abfalls war dass der Mensch die Macht der Selbstbeherrschung verlor nur wenn diese Macht wieder genommen wird kann ein wirklicher Fortschritt stattfinden gewonnen wird das heißt wenn ich wieder Macht über mich habe dem Appetit zu widerstehen auch wenn ich noch so hungrig bin zum Beispiel der Schokolade oder eines nicht gesunden Essens zu widerstehen obwohl ich es vielleicht früher gewohnt war zu essen es kitzelt der Gaumen der Geist wird geplagt vom Körper weil er diese Neigung des Appetits hat er hat diesen Geschmack schon im Mund er kann es schon schmecken und wenn der Geist sich dem neigt dann ist er nicht mehr in der Selbstbeherrschung sondern er ist ein Sklave des Appetits der angeregt wurde durch etwas Schlechtes aber es könnte auch manchmal was Gutes sein wie gesagt wenn wir voll sind und dann tun wir noch was dazu weil wir die Beherrschung nicht haben so der Körper ist das einzige Mittel wodurch Geist und Seele für den Aufbau des Charakters entwickelt werden ja sicherlich hier können wir das sehen der Geist ist ja das Verhältnis zwischen Geist und Körper ist die Seele so sie können nur aufgebaut werden durch das Mittel durch das Medium sagt sie des Körpers deshalb richtet der Seelenfeind seine Versuchungen darauf die körperlichen Kräfte zu schwächen und herabzuwürdigen das heißt je schwächer ich den Körper mache durch natürlich falsches Essen aber durch falsches Schlafen oder durch eine Überanstrengung körperlicher seits des Körpers führt das dazu dass ich den Körper schwäche wenn er hierhin Erfolg hat so bedeutet dies dass der ganze Mensch dem Übel unterliegt ja weil wir weil der Körper dem Geist so ein schweres Leben machen kann dass er dann sich der ganzen Sache unterstellt er kann nicht mehr richtig entscheiden weil sein Körper ihn quält die Neigungen unserer körperlichen Natur hier steht fleischliche Natur ist eine falsche Übersetzung auch wenn es eine alte ist weil die fleischliche Natur ist das Geist das falsche Auge ist die fleischliche Natur Ellen White schreibt hier die physische Natur das heißt die körperliche Natur es geht nämlich um den Körper die Neigungen des Körpers Die Neigungen müssen müssen von müssen von dem Willen beherrscht werden welcher wieder unter der Leitung Gottes stehen muss die königliche Macht des Verstandes durch göttliche Gnade geheiligt soll die Herrschaft in unserem Leben haben nicht Appetit nicht Sexualität nicht Instinkte nicht Bauchgefühl Verstand die Vernunft die Ratio in Englisch ist Reason the power of Reason das ist die königliche Herrschaft wir müssen Dinge beherrschen durch unseren Verstand müssen wir es verstehen und es handeln nach klarer Gesetzmäßigkeit und genau so passiert es im Leben Jesu so viele Menschen haben einen Irrglauben über die Natur Jesu und ich komme jetzt erst zur physischen Natur wenn Jesus seine physische Natur geerbt hatte von Adam nach 4000 Jahren dann hatte er in seinem Körper Neigungen die ihn ohne göttliche Macht sicherlich Verderben und Tod herbeiführen würde deshalb ist es ganz klar dass Jesus Versuchungen hatte aus seinem Körper aus den Neigungen die von Gott normal in den Körper gesetzt sind aber jetzt verdorben sind über die Zeiten weil wir vererben unseren Geschmack wir vererben unseren Appetit wir haben ja nichts dafür und hat mein Vater vorhin und mein Großvater wer weiß was und wer weiß wie viele Generationen zurück irgendwelche Gewohnheiten gehabt dann sind die mir am liebsten dann schmeckt mir Alkohol ich denke dass mir kein Alkohol schmeckt weil ich Vorfahren hatte den das Alkohol nicht geschmeckt hat sonst hätte ich vielleicht damals in meiner Not auch Alkohol getrunken anstelle der anderen Süchte aber der hat mir nie geschmeckt also habe ich ihn nicht als Möglichkeit gesehen meinen Appetit oder meine Not mit ihm zu stillen aber es gab dafür andere Dinge die ich wiederum meinem Appetit angeregt haben die ich geerbt habe so so wenn Christus nur die gefallene Natur im Körper hatte des Körpers was ja tatsächlich so ist dann hätte er schon im Körper Neigungen gehabt die ihn zerstört haben hätte er nicht göttliche Kraft gehabt ihnen zu widerstehen sehr sehr wichtig zu verstehen deshalb ist es so deutlich wenn man Ellen White liest und wenn man nicht weiß wo die Dinge liegen dann kommt man in einen furchtbaren ich sage jetzt mal theologischen Kampf und Widerspruch Ellen White sagt an manchen Stellen besonders in im kleinen Buch Redemption dass Christus angefochten wurde von innen und von außen und dann schreibt sie wieder an einer anderen Stelle und das Zitat wird von den meisten immer wunderbar heraus genommen weil es anscheinend die anderen Zitate wieder null und nichtig macht wo sie dann schreibt in Bible Commentary einem Bruder macht die Natur Christus nicht so gleich wie unsere denn er ist nicht so wie unsere und das ist richtig Christi Natur ist nicht so wie unsere wir haben nur zwei Eltern die sind alle menschlich wir sind wir sind so Christus hatte zwei Eltern er hatte einen göttlichen und einen menschlichen älter Teil und das bringt ihn schon dass er zwei Naturen hatte so das ist klar und sie sagt Christus hatte keine Neigungen das heißt Propensity to sin hatte keine Neigungen zur Sünde die Sünde die Neigung zur Sünde liegt im Geist das hier sind nicht Neigungen zur Sünde das sind Verlangen des Körpers die die verändert wurden wenn du ihnen aber nachgehst zerstören sie dich oder nachgehen kannst du ihnen aber nur mit dem Geist hast du keine göttliche Macht kannst du die Körper mit der Neigung mit dem geboren bist im Körper nicht überwinden sie ruinieren dich deine Sexuallust macht dich fertig als Mann und vielleicht auch als Frau ohne göttliche Kraft ist es auch nicht fähig unseren Körper zu beherrschen geschweige denn das Fleisch das böse Auge deshalb ist es ganz klar Christus hatte zwar und das werden wir uns im nächsten Mal anschauen die auch im Geist die gefallene Natur des Menschen er hatte auch das böse Auge und hatte auch das richtige Auge weil er diese zwei Naturen hatte die fleischliche und die geistige Natur und wir haben auch dafür alle Beweise auch in der Anfechtung sehen wir in der nächsten Anfechtung dass das angefochten wird aber er hat das fleischliche nie benutzt deshalb hatte er keine Neigung zur Sünde Jesus hat immer die Sünde gehasst dasselbe passiert auch mit dem Menschen der neugeboren und bekehrt und in der Heiligung lebt die Dinge die ich vor zwölf Jahren gemacht habe meine Süchte ich habe heute keine Neigung mehr zu ihnen weil jetzt die göttliche Natur die Kraft des Heiligen Geistes die Natur Christi mir diese Neigung genommen hat weil sie aus dem Irrtum meines Geistes kommen und die Wahrheit überwindet den Irrtum und macht mich frei so muss ich das unbedingt verstehen dass Christus nie in seinem Geist eine Neigung zur Sünde hatte er war nie versucht was zu stehlen was zu rauben eine Lüge zu sagen aber er hatte seine körperlichen Bedürfnisse die ihn drängten genauso wie mich ihnen nachzugeben und hätte er ihnen nachgegeben in der sündigen Natur allein hätte er ihnen nachgegeben aber in der göttlichen Natur in der in dem was er von seinem Vater hatte durch die Taufe den Heiligen Geist da hat er das nicht getan weil er in die Wüste ging erfüllt vom Heiligen Geist erfüllt von der göttlichen Kraft und so konnte er durch die göttliche Kraft den Bedürfnissen der der Neigung die physiologisch natürlich ist Menschen aber verändert über die Jahrtausende widerstehen ich hoffe dass wir diesen Gedanken zumindest so wie ich ihn versucht habe zu erklären verstanden haben Jesus hatte deshalb auch eine Versuchung von innen nicht nur von außen weil sein Körper Anlass war damit der Böse durch ihn an seinen Geist kommt und hätte er den körperlichen Neigungen zugegeben und hätte nicht so wie es hier steht durch die königliche Macht des Verstandes die unter der Leitung Gottes steht durch göttliche Gnade geheiligt dass die Herrschaft über das Leben gehabt so deshalb ist es kein Widerspruch dass Jesus von innen und von außen versucht wurde so wie wir auch wir alle werden versucht von innen nur wir haben noch eine andere Versuchung von innen wir haben auch das Fleisch wir haben auch die fleischliche Lust und unsere Not mit der fleischlichen Lust ist dass wir ja keine andere haben wir haben nur dieses blinde Auge bis wir ans Kreuz kommen bis wir neu geboren werden deshalb können wir nichts anderes tun außer unserer Neigung des Fleisches Raum zu geben aber auch den Neigungen des schlechten Auges das wir geerbt haben von unseren Vorfahren oder von Adam das ist eine doppelte Sache ist nicht nur eine einzige so die erste Versuchung Jesu ist die die typisch ist die über den Körper kommt Jesus überwindet sie dadurch dass er sagt der Mensch der Mensch und er identifiert sich hier ganz mit dem Menschen und sagt ich bin Mensch als Mensch lebe ich nicht vom Brot allein sondern von dem Gesetz Gottes das sagt er wortwörtlich das Wort Gottes ist das Gesetz Gottes und das Wort Gottes sagt ich sorge für dich das Wort Gottes kam vom Himmel und sagte das ist mein lieber Sohn an welchen mich wohl gefallen habe du kannst mir vertrauen mein Junge alles ist gut wenn du auf mich hörst und jetzt wird er versucht ist er in dem Wohlgefallen Gottes oder ist er nicht schwere Versuchung wenn du am verhungern bist und du sollst dich als den geliebten Sohn Gottes sehen der im Wohlgefallen des Vaters ist dazu fordert es Glauben dazu braucht es eine Festigkeit Christus hatte diese Festigkeit durch seine durch den Heiligen Geist der ihm gegeben worden war von dem er geboren wurde und der ihm nochmals für uns alle als er antrat seinen Dienst dort wo Adam aufhörte als er antrat seinen Dienst der Erlösung nicht dass das andere Leben nicht dazu gehörte aber das war der besondere Abschnitt des Dienstes dafür war er gekommen auch die anderen Dinge waren notwendig aber jetzt fing es wenn man so will jetzt geht's um die Sache und so begann er mit seiner Taufe und wurde vom Geist Gottes geführt und der Geist Gottes brachte ihm in Erinnerung von wem lebe ich ich lebe ich lebe vom Wort Gottes und Gottes Wort sagt mir ich orientiere mich nach ihm ich treffe Entscheidungen von ihm ich lebe nicht vom Brot allein sondern ich lebe auch vom Wort Gottes ich orientiere mich nach Gott und ich kann mir selber als Mensch keine Brote machen also warte ich auf Gottes eingreifen in meinem Leben Christus widersteht dem Appetit wo er am stärksten ist nach 40 Jahren er ist hungrig und er ist am Ende seiner wenn man so will physischen Kräfte und er geht nicht in die Versuchung damit er seine göttliche Kraft verwendet damit er auf sich selbst schaut damit er sich selbst am Schopfe aus der Not herausholt sondern er bleibt untertan als Mensch unter dem Gesetz Gottes er nimmt nur von Gott er nimmt nicht von Satan er orientiert sich in seinem Handel nicht nach Satan weil er sagt ich bin ein Mensch abhängig vom Gesetz Gottes von ihm zu nehmen auf ihn zu warten und nur zu handeln wenn ich von ihm den Befehl bekomme oder das Essen gereicht bekomme so gehen wir zu den anderen zwei Versuchungen die anderen zwei Versuchungen sind jetzt nicht mehr körperliche Versuchung jetzt ist die Tür nicht mehr über den Körper sondern jetzt ist die Tür über den Geist weil im Geist haben wir die Not zu gewinnen und im Geist wusste Christus dass er gekommen ist um das wieder her zu richten die verlorene Erde wieder zurück zu gewinnen und jetzt kommt Satan zu ihm und sagt ihm du kannst dir die Mühe sparen nimm es von mir das war die Botschaft nimm es von mir nimm es von mir und was sagt Jesus das ist sehr sehr wichtig sehr wichtig dass wir verstehen er sagt du sollst Gott den Herrn allein anbeten 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 meine lieben ist nehmen ich gehe nicht zu Gott ich bete Gott nicht an weil ich ihm was gebe das ist völlig absurd ich bete Gott an weil ich von ihm nehme deshalb ist nehmen anbeten Satan wollte dass Christus von ihm die Reiche übernimmt er war ja jetzt der Herrscher dieser Erde geworden dadurch dass er Adam überwunden hatte und er hatte sich breit gemacht und sagte das alles ist mein wusste nicht dass das nicht stimmte er weiß es aber er ist ja selbst widersprüchlich in sich nach dem Sündenfall deshalb bietet er jetzt Christus an einen Gewinn er bietet ihm an etwas von ihm zu nehmen dabei wie viel hat Satan zu geben gar nichts gar nichts aber wie viele Menschen fallen in diese Versuchung hinein wie viel nehmen von ihm wie wie viel richten sich nach seinen Botschaften nach seinen Lügen nach dem was er anzubieten hat Milliarden von Menschen Christus kam um zu überwinden dass er von Gott alleine nimmt deshalb sagt er ich bete ich nehme von dir nichts Satan ich brauche dich nicht ich habe eine Quelle von der ich nehme und das Wort sagt das Gesetz sagt es gibt nur eine einzige und so überwindet Christus dort wo tausende und Milliarden von Menschen fallen sie haben nicht die Information was ist Wahrheit was ist Lüge wenn Satan ihnen irgendetwas anbietet so denken sie das ist jetzt der Gewinn sicherlich haben sie auch noch den Nachteil sie sind ja meistens nicht neu geboren sie haben also die göttliche Natur von Christus noch nicht also werden sie so oder so Satan anbeten es kann keiner ihn nicht anbeten der nicht neu geboren ist nur der Neugeborene beginnt von Satan nichts mehr zu nehmen ihn nicht mehr anzubeten alle anderen tun es so oder so weil sie nehmen von sich auch wenn es Satan nicht gäbe würde jeder Mensch verloren gehen an seiner sündigen Natur weil er denkt er lebt aus sich selbst als pures pures Unmöglichkeit weil wir sind nur Geschöpfe der Geist kann aus sich selbst nicht leben hätte Gott ihm nicht die Kraft gegeben jetzt für diese paar Jahre zu existieren trotz getrennt sein von ihm durch die Gnade damit er zurückkommt und neu geboren wird dann hätte er so oder so keine Kraft er würde nicht mal existieren das ist so verblenden Gott muss uns die Existenz geben weil sonst könnten wir ja keine Wahl zurückzukommen aber in diese Existenz denkt jetzt das irdische Herz ich lebe aus mir selbst ich gebe ich bin Gott ich lebe aus mir so ich bete den an ich gebe um zu nehmen deshalb beten die Menschen hier dort wo du nimmst das ist auf geistiger Ebene dein Gott ist es eine Frau ist deine Frau dein Gott ist es dein Götze dann ist es dein Götze aber du bist an die gebunden nur nach denen zu entscheiden welche Limits auch diese haben so Anbetung ist nehmen lasst uns das nie vergessen wir gehen nicht zu Gott um ihn Lobpreis zu bringen wegen ihm er braucht das nicht er braucht es nicht ich brauche es ich gehe um zu nehmen von Gott da könnte ich mich jetzt ein bisschen verirren die Zeit ist schon vorbei darüber zu sprechen aber ich will es nicht Gott braucht vom Menschen nichts alles was er vom Menschen will ist um des Menschen Willens dass es den Menschen gut gibt und ich kann um richtig zu leben habe ich nur eine Quelle zum nehmen nur eine Orientierung und das ist die Wahrheit das ist das Wort Gottes das ist Gott selbst und Christus fällt nicht in dieser Versuchung als ihm die Reiche dieser Welt vorgestellt werden und dann kommt die andere Versuchung wo man sagen könnte es ist so ein bisschen ein Gemisch jetzt brauche ich ja Vertrauen zu Gott nicht wahr und wo kann ich sicher sein dass Gott mich wirklich bewahrt und so könnten wir sagen wir müssen Gott auf die Probe stellen so wie nicht sehr lange her der Mann der Prediger der Pastor von irgendeiner Gemeinschaft dachte er kann mit einer Klapperschlange spielen während des Gottesdienstes und ihr Biss oder sie wird ihr nicht beißen oder wenn sie ihn beißt wird sie nichts ausmachen weil Gott ihm ja verheißen hat ihr werdet auf Schlangen und Drachen treten und es wird euch nichts passieren steht das nicht in Psalm 91 steht genauso drin wie das andere Wort auch du wirst dir deinen Fuß nicht anstoßen an keinen Stein so im Psalm 91 steht das drin und Satan kommt mit dem Psalm 91 und sagt Gott hat dir verheißen und wiederum sagt Jesus ich kenne mich besser als in der Schrift ich weiß ich soll meinen Gott nicht in eine Situation bringen wo ich ihn herausfordere mir zu helfen wenn ich es hätte vermeiden können ich werde nicht mein Vertrauen auf Gott in einer anmaßungsvollen Weise oder als Anmaßung anwenden nein mein Vertrauen zu Gott nimmt mir nicht meine Verantwortung ist phänomenal die Versuchung habe lange mir immer wieder Fragen gestellt was sagt diese zweite in Matthäus und was sagt diese dritte Versuchung in Lukas wo ist hier der Haken wozu war sie gedacht und es fängt mir langsam an zu dämmen dass ich dass ich verstehe hier geht es darum die verantwortung des menschen aus seiner hand zu nehmen und sie auf Gott zu stellen für das was wir tun das ist eine katastrophale Anfechtung weil hier fallen die Christen wenn ich so will die gläubigen Menschen wie die Mücken um weil sie gehen und sagen sie wandeln mit Gott aber sie sehen nicht ihre eigene Verantwortung nicht das zu tun was Gott ihnen nicht gesagt hat nicht etwas zu unternehmen bevor sie nicht Gottes Willen klar wissen sie bleiben in dem Willen den sie wissen dann gehen sie und kommt was Neues warten sie bis sie Gottes Willen genau kennen und dann gehen sie vorwärts sonst bringen sie Gott in eine Situation wo er Verantwortung übernehmen soll für das was sie nehmen müssen ich muss schauen wo ich gehe Gott kann mir das Licht schenken die die Wegnahme der Verantwortung für unser Handeln ist eines der größten Anfechtungen die es gibt in dieser Welt ein Mensch will nicht verantwortlich sein er springt und dann bricht er sich das Bein und er sagt Gott hat mich nicht gefangen wie wenn Gott verantwortlich wäre für sein Handeln diese dritte Versuchung gibt uns noch viel zu denken ich hoffe und ich denke dass alles alle Versuchungen Jesu sind wert eines tiefen Studiums sie zeigen uns an alle Schwachpunkte wo durch der satan kommt alle alle dinge wo er ausnutzt um uns zu versuchen an einer stelle unseres bedürfnisses ja es ist ein bedürfnis zu nehmen und es ist ein bedürfnis zu geben und hier tut er uns zum handeln um etwas zu tun was wir nicht vorher von Gott empfangen haben hier springe ich blindlinks und mache dann Gott verantwortlich für mein sprengen weil er hat sein wort nicht erfüllt anmaßung und glauben sind sehr voneinander getrennt und dennoch an der oberfläche meint man sie sind nahezu gleich die anmaßung tut etwas ohne rücksicht aufs gesetz sie wartet nicht auf das nehmen auf die anweisung sie handelt sie gibt bevor sie von Gott genommen hat sie nimmt von sich sie nimmt irgendwo her und damit ist dass selbe man stützt sich auf ein Wort Gottes aber man stützt sich nicht auf das Gesetz des Wortes Gottes auf die Bedingung der Erfüllung der Verheißung und damit geht der Mensch in seinem blinden Wesen besonders der Christ zugrunde Satan kriegt ihn hier kriegt er dich nicht beim Appetit dann wird er dich beim Gewinn sucht und kriegt er dich nicht dort dann wird er dich kriegen dass du anmaßend handelst dass du sagst ja ich gehe jetzt vorwärts so wie USA die Hand an den an die Bundeslade legt so wie Saul nur so viel umbringt wie er denkt das stimmt und nicht alles tut wie Gott ihm gesagt hat so wie Saul nicht die Geduld hat zu warten bis der Prophet kommt um zu opfern und er opfert selbst obwohl er nicht dazu befugt ist er nimmt nicht von Gott er betet Gott nicht an er handelt aus sich selbst heraus alle drei Punkte sind Punkte der Anfechtung sind Punkte die Jesus überwindet in dem schwächsten körperlichsten Zustand fast Anfe Hunger für wen für wen hat er sie gemacht für uns allein in ihm können wir diese versuchen die wir alle haben überwinden und ich lese aus diesem Buch noch einmal am Ende 133 der Arzt seiner Zier ohne göttliche Kraft kann keine wahre Reform durchgeführt werden menschliche Schutz werden gegen natürliche und anerzogene Neigungen sind nur wie eine Sandbank gegen den Strom erst wenn das Leben Christi zu einer lebendigen Macht in unserem Leben wird können wir den Versuchungen widerstehen welche uns von innen und von außen umgeben Wann werden wir den Versuchungen überstehen können wenn das Leben Jesu deshalb musste Jesus getauft werden da haben wir jetzt nicht die Zeit gehabt darüber zu sprechen aber Jesus musste durch die Wüste gehen Jesus musste versucht werden am Anfang seines Lebens wenn man so will was das für Sinn bildet wo wir beginnen mit der Taufe dort wo unser Leben beginnt dort versucht er uns zu zeigen auch wir wenn wir mit Gott anfangen kommen wir zunächst vom Geist in die Wüste jeder von uns es ist das es ist der Weg und so wie Jesus in der Wüste überwand so steht uns in der Wüste die Anfechtungen die auf uns zukommen müssen uns klar machen wo unser Auge uns betrügt müssen uns klar machen die Dinge und müssen uns dazu bringen dass wir überwinden Christus kam auf diese Welt und lebte das Gesetz Gottes damit der Mensch vollkommene Herrschaft über die natürlichen Neigungen erlangen möchte und das sind jetzt die natürlichen Neigungen des Körpers welche die Seele verderben der Arzt des Leibes und der Seele verleiht den Sieg über schädliche Lüste er hat jede Möglichkeit vorgesehen dass ein Mensch einen vollkommenen Charakter besitzen kann wenn jemand sich Christus übergibt so wird der Geist unter die Herrschaft des Gesetzes gebracht das ist es das Gesetz aber es ist das königliche Gesetz welches jedem Gefangenen Freiheit verkündigt Menschen mit Christus eins wird so wird er frei unter Werfung unter den Willen Christi bedeutet Wiederherstellung zu vollkommener Männlichkeit Gehorsam gegen Gott ist Freiheit von der Knechtschaft der Sünde Freiheit von menschlicher Leidenschaft und Neigungen der Mensch kann dastehen als Sieger über sich selbst als Sieger über seine eigenen Neigungen als Sieger im Kampf mit Fürsten und Gewaltigen nämlich mit den Herren der Welt die in der Finsternis dieser Welt herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel so der Sieg Jesu hat den Zweck dass ich von ihm nehme da ich er nicht mehr zu Gott gehen kann da ich den Weg zu Gott versperrt habe kann ich nur von Christus nehmen er wird die Brücke zu Gott in ihm selbst weil dort sich vereint der Mensch und Gott so Christus musste hier andere Voraussetzungen erfüllen er hatte einen gefallenen Körper er hatte aber auch einen Geist von der Maria geerbt das geht nicht anders und er hatte und musste nicht nur treu bleiben im Sinne wie Adam er musste auch das die sündige Natur des Menschen das Fleisch töten und kreuzigen weil sonst könnte ja der Mensch nicht erlöst werden die Taufe bedeutet das sündige Fleisch geht kaputt nicht der Körper der alte Mensch in Römer 6 stirbt das Fleisch in Römer 8 ist gekreuzigt wer hat es denn gekreuzigt Christus musste jetzt nicht nur in der Freiheit die Adam hatte treu zu sein sondern er musste jetzt noch zusätzlich zu den Neigungen die in seinem Körper waren musste er das die sündige Natur völlig entmachten in sich selbst sonst wer von uns kann seine sündige Natur entmachten und das Werk der Erlösung muss mich in der Lage machen die Neigung meines Körpers und das Angeborene meines Geistes weil ich ja ständig gesündigt habe bis ich neu geboren bin habe ich Neigungen zur Sünde Christus kam auf die Welt er hatte beides nebeneinander und da er immer nur die göttliche Natur nutzte in seinem Geiste hat er nie eine Neigung zur Sünde gehabt aber er hatte das blinde Auge genauso wie du und ich und er hat es überwunden und durch ihn allein können wir das blinde Auge überwinden es gibt sonst keinen Sinn warum er am Kreuz stirbt wenn nicht die Zerstörung die ja zuerst stattfinden muss bevor was Neues reinkommt ich muss zuerst sterben bevor das Neue beginnen kann durch die Taufe stirbt die sündige Natur oder ein Teil davon und an Stelle kommt der Geist Gottes an Stelle kommt das Leben Jesu in mein Leben und ich beginne wie ein neues Baby geboren vom Geist geboren von Christus das den Kampf jetzt beginnt erst beginnt die sündige Natur unter die Herrschaft des Geistes zu bringen bis sie komplett machtlos ist bis jede Neigung zur Sünde in meinem Geist zu Ende ist das werden die Letztiger und das werden die 144.000 sein müssen bevor kommt kein Ende bevor geht diese Welt weiter weil es ist das Ziel des Erlösungsplans Gott will es beweisen dass er nicht nur in Christus gewinnen kann sondern dass er auch in einem Menschen der gewohnt war zu sündigen durch die Einpflanzung der göttliche Natur durch die Geburt von oben der Umkehrweg stattfinden kann bis zur Vollkommenheit des Charakters das ist der Plan der Lösung und er ist nur in Christus erreichbar aber wir werden durch das Leben Jesu unserer Verantwortung nicht entbunden Gott sei Dank wir werden nicht besessen wir haben eine Verantwortung und die ist mehr als nur eine Übergabe die ist ein Leben mit Christus Hand in Hand Bergkipfel nach Bergkipfel Sieg nach Sieg den er uns gibt bis unsere sündige Natur völlig kaputt ist dann haben wir auch völlige Beherrschung über unseren Körper er wird uns zwar immer noch anfechten können er wird uns müde machen können er wird uns Lust machen können aber mit der göttlichen Natur Christi in unserem Geist kann der Körper machen was er will er ist machtlos uns zum Ruin und zum Tod zu bringen fassen wir zusammen es wäre viel viel zu sagen hier aber mir hat ich habe diese große Bürde in meinem Herzen dass wir den Erlösungsplan verstehen dass wir nicht die Geschichten lesen die kennen wir auswendig sondern dass wir die Geschichten verstehen wie sie für unser Leben gedacht sind und ich hoffe dass wir auch in den weiteren Stunden das Thema vertiefen und vertiefen können bis wir vom Leben Jesu einen Eindruck haben der sich in unser Herz hineinsetzt und Christus und wir eins werden Amen Amen